Hallo Leute und Willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Platin! Yay! Im Let's Pot ist der See der Kühlenheit in die Luft gesprengt worden. Deswegen bewegen wir uns noch eine fette Ersche nach Weideburg und fahren mit dem Fahrrad dorthin. Fett den Arsch und bäh bähn! Lalalala! Ich weiß, ich kann mit dem Fahrrad nicht umgehen. Das sage ich euch. Kühlenheitsufer! Yay! Ah, eigentlich! Es ist frei! Team Plasma Musik! Das kann nicht wahr sein. Das ist ein schlechtes Schuss! Ein wirklich schlechtes Schuss! Oh cool! Lass dich mir doch gefallen! Oh mein Gott! Arme Kaperloss! Arme Kaperloss! Aber ich kann sie nicht fangen, das sei nicht ehrlich! Guck weg! Ich hab keinen Bock gegen euch zu kämpfen, ihr Wichsers. Wie gesagt, will ich gegen euch kämpfen. Die Missionen bereit für den ganzen Nuderschein. Äh, bist du eine Frau oder Mann? Das erkenne ich jetzt gerade nicht. Bist du ein Mann oder eine Frau? Das erkenne ich gar nicht. Jetzt ohne Scheiß Leute, ist das eine Frau oder ein Mann? Ich erkenne das überhaupt nicht. Ey, lass uns nicht mehr verwirren selber, weil jetzt aber ich könnte diesen Text umbringen. So oft habe ich ihn nicht schon gelesen. Genau! Nooooo! NOOOOOO A TOXICRACK GHOST DIRECTOR DER HART Ok. Irgendwas mit den Aeroas Wie ichs LIEBE, dass alles und jeden mich vergiften kann, ne? Ich kann auch mit Scharobto noch mithalten. Der Scharobto kann nicht umsonst eine Kampfattacke namens Nahkampf. Der Scharobto ist im Schlag. Und dein Scharobto können gehen. Der Scharobto ist im Korbant Quietschen. Der Scharobto ist hier nicht zuständig. Ja, das ist unser See von da hinten. Hallo, Mutter! Jetzt heil mich doch eigentlich, du... Lampe, du Lampe! Du hast ne Lampe auf der Birne. Lalalalalala. Zeit, a little bitch, der Raptor zu trainieren. Lalalalalala. Lalalalalalalala. Und wo ist Lucia? Oh Gott, nein! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Also, wir setzen einmal Eros auf Glibunkel ein und deiner setzen wir einmal Donnershan auf Shamir ein. Deiner Challenge ich jetzt lieber auf Luxramugel-Heap gemacht, du Wichser. Ein Goalbot. Ein Krammox. Krammox, du bist tot. Du bist sowas von tot. Und da sage mal jemand, schlach ab, du bist ein schwaches Pokémon. Ja. Diese Jagen an용nze сами. So. Oh, taust du. Okay, du hast ihn schonudsmal nicht. Oh ja, dieses Drum durch. Das schlach ich- Nice Pokemon. Echt, ey, dieses Duo-Team, Luxe von Charaptor. Zweimal Bedroher. Ey, das ist so nice. Das sag ich euch. Oh, mein Gott, Charaptor reicht eigentlich Level 40. Ich bin so glücklich. Tschüss, Fum-Lister. Jetzt sag mir bloß, ich du hast. Ein Shum-Yen. Okay, 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 okay. Okay, ein bisschen strange. Und du bist. Oh, wie putze ich den Goldbeuch? Langsam sicher kann ich das nicht mehr sehen, das Vieh. Okay, ein kurzer Schritt. So. Das war das erste Mal, dass ich, glaube ich, mit einem Kampf einen Schritt gemacht habe. Also, in Platin jetzt. Wenn du jetzt irgendwas wie Top-Genesung oder Hyper-Zwang einsetzt, dann leck dich doch im Arsch. Goll, das hat eine gute Verteidigung, muss ich sagen. Das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen. Das kann ich dir sagen. Und nicht nur ganz... Dieses fette Vieh, ey. Ich hasse dieses fette Vieh. Das sag ich euch. Das ich jetzt hasse ohne Ende. Na Kampf Oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh, oh oh Wie kann dieses fette Spiel schneller als mein Charaktor sein? Okay, jetzt reicht's mir, du Penner Nimm dich in Acht von meinen Shiny Shinox Shiny Shinox is over Forward Immer immer wieder Uh oh Oh mein fucking Gott, ich muss doch jetzt nicht noch nach dem scheiß Revolent, der Dackel Äh, kommen wir von ewig genau? Ja, ewig genau muss ich hin Okay Leute, das war mir wieder ein spannender Part von Pokémon Platin Wir streiten das Story ziemlich schnell jetzt voran Dann würde ich mal sagen, wir sehen uns dann im nächsten Part von Let's Play Pokémon Platin wieder Bis dahin sag ich erstmal Tschüüüüüüüss